Heute morgen fahren wir mit einem Wassertaxi auf eine unbewohnte Insel hier im Wanaka See. So, wir gehen jetzt hier an Land. Hier gibt es was Besonderes, nämlich dieses Schild hier hat für Ratten betreten verboten. Der hat einen Joke gemacht, der Skipper, die Ratten schwimmen vom Festland hier hin und die Einheimischen Army ein Schild hingemacht hat, dass es für die Ratten verboten ist, hier drauf zu gehen. So, die Insel heißt Mowahu. So, hier oben ist ein See, muss auf meine Mütze aufpassen, dass mein Wolf kann, der ist ein bisschen, aber nicht viel windig. Schön, oder? Ja, hier ist echt schön. War ein schöner. Und der Lookout ist wahrscheinlich da oben. Ja. 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 Ja.